Sie abonniert bitte alle! Mein dummer Fehler beim PC zusammenbauen Wie einige in meinem Stream schon bemerkt haben, habe ich Scheiße erzählt und gebaut, was meinen neuen Rechner angeht. Für die, die es nicht wissen, kurz zur Erklärung. Ich habe eine SSD-Festblate für meinen Rechner bestehlt, die direkt ans Mainboard angeschlossen wird. Also wie z.b. eine Grafikkarte. Ich, Idi, habe aber den Anschluss nicht gefunden und dachte, dass die nicht passen würde. Ich bin also zur Post, um sie zurückzuschicken. Wieder zu Hause, ein paar Stunden später, habe ich rausgefunden, dass ich sie doch anschließen hätte können. Außerdem, warum ich es nicht gesehen hatte. An der Stelle würde ich euch jetzt gerne ein Bild zeigen. Da ich aber nach wie vor mit der VU den Blog schreibe, geht das leider nicht. Sorry. Ich hatte den Anschluss nicht gesehen, weil ich die Grafikkarte bereits eingebaut hatte und das Teil, genau wie ich, einen ziemlich fetten Arsch hat. Der Anschluss war also von der Grafikkarte verdeckt. Wie üblich steht meine eigene Dummheit mir im Weg. Wird also wieder etwas dauern, bis ich die SSD erneut habe. Mein Handy ist Schrott. Ja, es stimmt. Mein Handy ist Schrott. Allerdings stimmt das nicht so ganz. Mein Bildschirm ist kaputt und geht nicht mehr. Das Handy reagiert ansonsten normal. Ton und Vibration gehen noch. Und sogar Anrufen klappt. Nur, dass ich eben nicht rangehen kann. Ich habe mich schon schlau gemacht und eine Reparatur-Werkstatt gefunden. Das Handy schicke ich morgen ein und dann kann es ein paar Tage dauern. Aber es sollte, hoffe ich bis. Ich nehme aus Sicherheitsgründen einen einen längeren Zeitraum. Dienstag nächste Woche wieder. Und bis dahin hoffe ich auch die SSD, falls ich es schaffe, mit der VU eine neue zu bestellen. Was gibt es Neues in der Markt? Bei mir ist eigentlich alles in Ordnung. Ich bin wie üblich etwas hiebelig und im Moment etwas angespannt, weil so viel schief geht. Aber ansonsten bin ich fit. Das ist ja auch viel wert. Ach ja, und Schanzis Freundin kam heute an. Sobald ich wieder streamen kann, werde ich euch nach einem Namen für sie fragen. Nun wünsche ich euch einen schönen restlichen Tag. Metal. Off. PS. Sorry für die, die vielen Fehler. Aber wie gesagt, ich schreibe das alles mit der VU und dem Tuchpen. Das ist anstrengend. Ich schreibe das squeeze. Das ist das erste Mal. Und dann geht es ein bisschen weiter. Ich schreibe das Püren. Ich schreibe das auch mit dem Lektor. Vielen Dank.